Jo, was haben wir denn hier? Die Familie Seelsorge. Der muss zur Arbeit hier, die Anne ist bald wieder da, danach möchtest du gern werden. Man muss auch beeilen, weil jetzt sitzt gerade jemand in der Wanne. Boah, guck mal hin hier. Das ist ja echt ganz schön. Hier, den muss ich mal pingeln, ey. Dann hoffe ich, gibt's ein Clou auf Arbeit, ey. Wow, wenn wir's verdienen, sehr schön. Die Frieda, Tagewerk, vollbracht. Frieda hat heute 241 verdient. Was ist jetzt los hier? So, warte mal, was haben wir denn hier? Da ist jetzt dann im Auto sitzend. Hm, wie, wo sitzt er denn? Ach, jetzt kommt er. So, was ist jetzt hier hinten? Geht er jetzt endlich mal aus der Wanne raus, die Lady, die Malia. Malia, geh doch mal raus aus der Wanne. Ja, das ist jetzt das Problem hier, ne? Haha, jeder macht hier, was er will. Genau, komm, spiel den Computer. Also, was haben wir jetzt hier? Pass auf. Die hat hier Geschirrspülen, ist ihr Wunsch. Boah, Party hier. Geschirrspülen, ja, da haben wir jetzt nix. Ach ja. Und die hier möchte gern ein Objekt kaufen, die die Spielkunst in Ruhe. Hm, das ist sowas sehr eng hier hinten. Ach, Fähigkeit Karten. In den Karten lernen. Und die hat gar keine Wünsche hier, naja, immerhin. Was gibt's denn hier noch so schönes im Kaufen, oder? Mensch, wartet mal, wir schauen mal eben. Also, die Anne hatte hier eben den Wunsch gehabt, irgendwas zu tun hier. So, wir können mal hier durchschlunzen. Oh, Schachbrett. Party hier auch nicht schlecht gewesen. Oh, das ist teuer. Hm, 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 hm. Naja, warte mal, Elektronik, was haben wir da? Ah, hier. 7,50 kostet das. Aha, das passt aber nicht hierher, ne? Nicht wirklich, zumindest. Ja, das sieht unwissig aus, auf dem kleinen Boden. Boah, das ist natürlich ein Luxus-Laptop hier, ne? Oh, wow, wow. Ein Luxus-Computer. Hm, was machen wir denn da mal vor Schreck? Eine Badewanne. Wie sieht's denn aus hier mit der, mit einer Dusche? Wär nicht schlecht, weil die prangen muss so ewig lang. Beim Baden. Hm, würde nachher passen, aber ich glaub, dann können sie nicht mehr in die Badewanne gehen, ne? Oh, muss ich einfach mal abchecken, einfach mal abchecken, genau. Gut, gehen wir mal zurück. Okay. Ne, scheint zu klappen. Also da geht duschen, das sieht ganz gut aus. Ich will PC, was ist hier mit ihr? Gartenarbeit. Billige Fernseherliefer nicht immer das klare Bild. Ja, sorry, aber... Ich bin froh, wenn hier der Fernseher geht, ne? Gartenarbeit. Wir könnten doch eigentlich auch mal... ...ein Park gehen oder so. Auch mal ne Idee, ne? Wartet mal. Hier, ein Park gehen. Mit... Oddi und die Frieda. Kann ich jetzt nur einen klicken oder zwei oder... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, warte mal... Hm... Okay... Ah, na schauen wir mal, schauen wir mal, ne? Was passiert hier? Jedenfalls ist immer ganz schön viel los in der Seelsorgen-WG. Das Problem ist bloß hier, viele Leute immer zu beobachten, ob sie Hunger haben oder sonstiges. Ist schon... Oh, guck, die hat Hunger. Ah, schon ganz schön schwierig hier. So, was sagen sie denn? Ah, hier. Was isst denn? Was schimpft sie denn? Hat sie Hunger? Na, dann esst doch einen Hamburger. Was ist mit dir hier mal hier? Oder... Ist doch einfach auf mit dem Hamburger. Oder... Bitnik macht die hier. Ah, jetzt machen wir die hier wieder. Ach, guck mal, die Dori hier. Die Dori ist aber auch überall, ne? Oh... Schimpft... 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 Oh, nerve... Schimpft... Schimpft... Die Dori ist doch so geil, ne? Hier, ne? Kann doch in den Angeln gehen, Mensch. So, die Gude hier, was macht sie hier? Lebenswunsch, alles können. Uh, die ist aber... Die alte Stinkersagge hier ein. Gelangweilt laudern, ist sie langweilig, oder was? Ah, ah, ah! Ah, ah! Wie mit den Bläuse denn? Ach, mit dem da! Ich will nicht wissen, wie wir haben. Duschen, ey! Ah, also kann nicht das Frieder hergehen. Boah, also das muss stinken, ne? Was haben wir hier noch? Kindisch... Wir müssen es schneiden. Fangen spielen! Jawoll! Du bist! Na los, komm! Rennt! Dass er noch mehr stinkt! Du bist! Was soll ich aus dem Knie kommen? So wollen ja die zwei hier, ne? Das Kind ist schon geschafft! Ha, ha! Ja! Oh, die angelt immer noch, sehr schön! Oh, wow, guck mal hier! Ach toll, jetzt hatte ich den Fuß- und Handball eingesteckt, der da Hause rumliegt, ne? Oh, der ist zu Hause! Der hat den eingesteckt! Ah, die hat einen Picnic-Korb! Na wunderbar! Was hat der? Wo ist Bella? Wo ist Bella? Wo ist Bella? Fein, fein, fein! Ach, hier sind sie ja die zwei! Oh, das ist ja die zwei! Oh, das ist ja da nicht so warm! Also ich würde so... Du gehst jetzt mal heim, weil irgendwie... ... ich muss dich mal waschen können! Und du könntest auch mal nach Hause gehen! So, da gehen wir allgemein nach Hause, würde ich sagen! Der ist ja zu Hause, der liebste bisschen! Naja, da gehen wir mal... ...nach Hause! Yeah! Schauen wir mal, was zu Hause passiert! Der liest etwas... Oh, oh, oh! Hm, stinkst du! Haha, Frieda, geh duschen! Schnell! Aber jetzt ist ja gerade auf dem Klo, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht! Und die Frieda ist ja müde, Mensch! Mensch, komm, verpiss dich hier! Ich will duschen! Ey! Ich will duschen! Du wirst ja schon pinkeln jetzt! Ach, was ist denn jetzt da hier? Ja! 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 Ich sitze die mal nach Hause hier! Immer noch nicht! Ja, 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 gut! Mach nichts! Witzchen ins Räume stecken! Ne, ne, ne! So, was ist mit dem jetzt hier? Da könnt ihr eigentlich mal ein bisschen Abendbrot servieren hier, oder? Macaroni mit Käse ist immer gut! Nicht aber zum Fernsehen gucken oder lesen hier könnte! Könnt ihr mal ein bisschen Abendbrot hier vorbereiten! Wenn der Antonio heimkommt! Ach, das ist schon zu spät, da ist schon daheim! Ha! Post hab ich nicht, okay! Die Zeitung nehmen wir da oben! Jupp! G'snitten! 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 Sauerei! Sauerei! So, die duscht sich grad! Das ist so wie! Das ist die aber auch müde wie Hecht! Das ist natürlich blöd, Mensch! Ah! Jetzt wo es Abendbrot gleich gibt! Ah! Amina ja! Naja, ihr habt keinen Hunger mehr! So, der Antonio ist nach Hause gekommen! Wunderbar! Die liebt ins Bettchen! Hä? Waren die Jungs nicht letztes da gelegen? Naja, vielleicht tauschen die die, die macht ja nix! Wow! Macaroni mit Käse! Ey Junge, ey! Wir haben, wir kochen gerade eben! Und da hättest du jetzt auch mal, ein bissl warten können, bis ich fertig bin! So, was ist jetzt hier mit ihr? Die kommt nicht nach Hause! Ei, jetzt ist aber Schluss, gell! Wie wird's denn jetzt mit der Füße gefangen? Ui! Ganz schön viele Füße gefangen! Will er jetzt herausfinden? Nee, will ich doch gar nicht! Aquarium kaufen? Nee! Auch nicht! Auch nicht! Auch nicht! So, jawoll! Es ist gar nicht so einfach hier mit Viehleuten hier, den Überblick zu verschaffen! So, komm, ess was mit! Jetzt geht die schon wieder ins Bett! Ey, die hat er noch gut hier! Oh, was ist denn heute los? Heute schlafen die Frauen und Männer, weil... Ich sag ja, die schlafen immer in anderen Betten! Herrlich! Und... Ach so, der spielt wie C! Ja toll, das habe ich zu essen gemacht und keiner kommt hier zum Essen, ey! Tollll! Naja, immerhin ist heute, ähm... Zinsseride mal... ... wieder in andere Betten! Pah! Ja! Nöckig! 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 Alter Frede! Ein bisschen ordentlicher musste ich schon den Bruder Rennen hier... Äh... ...fahren... Huh! So, wie sind wir dem? Wann ist denn der müde? Ja, aber gleich ist er müde! Ja, also... Ist ja schön, wenn sie heute Pättchen hier teilen. Also, letztens waren hier die Frauen und jetzt sind hier die Männer. Ist ja auch ganz süß, ne? Irgendwie... Ah! Wunderbar, wie schön denn eigentlich denn die Beziehung hier so! Ah! Teleskop... Testobjekt... Karriere... Testobjekt... Naja, die Beziehung ist noch nicht so großartig jetzt bei Eden. Ah! 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 Müssen wir mal schon ins Bettchen. Oh, er ist fertig! Ne, der macht noch irgendwas. Was macht er denn? Was ist denn jetzt der schwarzen Bildschirm oder was? Ne? Oh, feines Spiel machst du denn da? Feines Spiel! Hm... Das schwarze Loch... Ja, geh mal ins Bett, komm, geh ins Bett, geh ins Bett. So, jawohl, einwandfrei. Naja, es ist halt hier, die kennen jetzt halt alle. Ich müsste mal irgendwie noch ein bisschen mehr Geld verdienen, dann kann ich hier draußen das noch ein bisschen hübscher machen. Vielleicht, oh, spielt das Isle of Hübsch, jetzt geh aber ins Bettchen, ey. Der hat schon wahrscheinlich im Trahn den PC ausgeschaltet und hat nachher rumgedippt und hat gedacht, da ist was da. Na prima, so, jetzt gehen sie alle schön schlafen, wunderbar. Das ist eine tolle Gesellschaft hier. Die schnaufen, herrlich. Herrlich, herrlich. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den einzelnen Bunten hier so? Wartet mal, tschak, tschak, tschak. Ne, da kann man sich ja auch nichts leisten. Ich glaube, die haben alle erst so viel, ne? Oh, was ist denn mit dir los? Hunger hast du halt. Naja, kannst du das essen, dann hier das Magaroni mit Käse zum Frühstück. Oh nein, Magaroni mit Käse zum Frühstück. Schön, wie soll ich laufen? Ja, also eine Bude, eine andere Bude wäre auch ganz geil gewesen. Eine größere, aber naja gut. Oh, 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 wer steht denn jetzt auf hier? Der Adi. Adi, das ist du schon wunderbar. Ist Hunger, hm? Na, du esst doch Magaroni mit Käse zum Frühstück. Oh, hey, so gut, er macht das. Er macht das. Ja. Na, komm, ess Magaroni mit Käse, Mädel. Alles da. Hm, das ist vom Waffelnessen. Leute, die haben gekocht gestern. Mann. Du hast ja nicht viel in den Kühlschrank, gell? Wenn man so reinguckt hier. Ja, ist nicht so viel. Wir können nämlich einen Fisch mal reinlegen. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen. Fisch. Oh, guck mal hier. Die Frieda ist auf. Die Malia. Und dann ist das hier nochmal. Ich werde verschluckt beim Essen. Ach, das ist der. Der Antonio. Was ist denn die? Frieda. Waffeln. Die sind aber schwarz. Schmeckt doch scheußlich. Na ja, Gudi ist Testperson. Ich glaube, dann ist es da egal, ob das jetzt nicht scheußlich schmeckt. Oder wie auch immer. Oh ne, was hat denn die gemacht? Abziehen, das ist auch immer ganz cool. Hallo, Mädel. Wolltest du Angst haben? Was hat denn jetzt die? Bitte schön. Angst. Ach ja, das erschreckt denn. Oh, das war nicht nicht so gut, ey. Adi, Mensch. Malia, was ist denn jetzt mit dir? Du wolltest dir das abziehen. Okay, geht nicht mehr. Dann tu doch mal irgendwie hier. Was machen, Mensch. Oh, hier geht's ab. Ey, komm mal rein, ey. Hier geht's ab. Frieda, die macht einen Spaß. Ja. Ja. Die Spiegelspielen. Wie müssen wir das bitte bestellen? Ja. Werde ich mich angehaucht. Wie geht's ab? Nösi, nösi. Stamm. Stamm-Badu. Ah. Warn, flitzelka. Das können wir machen mal. Zirng-de-la, chung-gu-flaz. Ich weg noch Kühlschau. Was ist denn nicht so gut? Scheint, die gu-flaz-ga. So, die geht auch weinen. Ja, gut. Können wir eigentlich mal ein bisschen... Oh, ich will, jawohl. Und abwändig das Experiment durchführen. Hm, hm, hm. 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 Na ja, aber wir machen mal einen. So, wo ist es denn, die Frieda? Hier drinnen. Oh. Wow. Ne, Quatsch. Das ist die Tür. Ach, schade. Da sieht man nichts. Schade. Man sieht nichts, was er macht. Hätte ja sein können, dass man sieht, was sie macht. Ey, das sieht doch interessanter aus hier, ne? Kann man hier mal baden gehen, oder was? Angeln. Mhm. Ja, gut, okay. Sind bestimmt solche genmanipulierten Fische. Nehme ich mal an. Ach, hier, da ist auch schon aufgestanden. Fein. Ach, was haben wir da hier? Die Kollegin Frieda Seelsorge. Susanne Weinrich braucht einen Geschmackstester für eine neu erschaffene Pflanze. Möchte Frieda Seelsorge am Testverfahren? Ja, mit dem Teil, ne? So, was ist das mit dem hier? Ich muss auch nicht mehr, wie sie es schafft. Jawoll. Ach, jetzt macht er das schon sauber hier. Ach, das ist er. Jetzt schaffst Karriere einschlagen. So, jawohl. Und dann macht er mal alles sauber. Toll. Was macht er? Dann machen wir schneiden. So, irgendwie steht jemand noch da. Hm, komisch. Oh, wie steht denn die immer noch da? Komm, Mädel, du mal dieses Recycling hier ein bisschen. So geht es mir, ich hätte hier ein bisschen Ordnung geschaffen. Ah ja, danke, duschen. Du, mein Schaukeln hier, mein Schmädel. Da muss ich denn immer hier in der Bude rumhocken. Wegen frischen Luft. Schadet nicht. So. Fein, fein. Na komm, beweg deinen Bubbes. Oh, wow, wow. Das quietscht aber. Ball spielen. Jawohl, mach da mal irgendwas. In der Wohnung, ne toll. Oder was? Ist eh so eng. Ach nee, doch nicht. Na prima. Die ist erforschen. Ach, ey. Jetzt spielen die Ball. Yeah. Ist ja echt was los hier, ne. Kann man sagen. Komm, mach da mal, Jungs, Mädels. Ah, der ist von der Natur geblagt. Der muss jetzt durch, ne. Siehst du, haben sie wenigstens was zu tun, die Jungs. Was ist denn jetzt überhaupt getrieben? In Misthalpen. Ja, Misthalpen. Nur, wir hätten auch schaukeln können, Mensch. Fertig, dein Licht immer noch da. In den Stall, dachte ich. Ja, das hier drüben. Na gut, ihr Leute. Puh, viel ist jetzt hier nicht weiter los. Die haben jetzt gerade Spaß alle miteinander am Mittag. Die Frieda ist ja dann hier im Geschmackstest durchführen. Oh, was hat sie denn hier? Adrenalinstoß, ne. Das war bestimmt das, was sie getestet hat eben. Heute ist ein Glückstag. Fein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye.